ich bin wieder nicht auf der top spieler liste aber hab sechs kills wir sind auf der top spieler liste jetzt ist die class im einschieb und der top-killer liste ja kein sinn ja man muss kann ich kiste tun das hat sich gut angeschrieben ich habe geschrieben wahrscheinlich passt das hast du zweimal geschrieben er hat zweimal ja was einiger und jetzt aber das hieß du glaube ich zum glück daheim ist heiler das weg packen jetzt noch so ich kann auch an swan entscheiden tun wer ausschloh wenn ich von denen würde und habe ich eine heilerhose 2 2 2 so was als erstes so hier noch mal alles klar ja auch keiner joint so als hätte niemand bock du magst es war diese eine von lmb ist gerade auf die gebastigen war rex so pro 2 schon mindestens 2 das tut schon mal gut das kann ich wegschmeißen das kann ich weiß ich weiß nicht ich habe halt noch zwei eisenschwerter keine ahnung ich kann nicht mehr als spektator auf dem server leider ich mache mir eine poteihose die richtung dran auch nicht habe ich noch alles klar das mache ich auch vor drei ist gekauft ich muss zum sparen eisen wenn ich schlecht so mitnehmen wenn es nicht hätte ok ok ich spiele jetzt das oder v ich habe wieder neun gäbe ok kassami kitoxian aufgenommen da hat sich das ergeben beziehungsweise ich war wieder müssen wie lange aufnahmezeit zehn minuten gut weil wenn es jetzt nicht so lang wäre kannst du in der schutzzeit noch mal mitspielen auf dem modifel das dass man muss jetzt aber egal und die pro drei hose stimmt ja ich habe dann konzentriere ich mich auf mein zweiter set das stimmt aber vor drei finde ich ist schon vor drei das ist ja richtig gut ausgestattet echt wenig schaden lag einfach gerade 5 xp auf dem level auf dem boden alles klar man kennt ihn und man mag ihn erhält hat etwas fallen lassen ich ehrennot mann kuss ehrenkevin haus auf deine nuss so ich will nicht gerne aus auf die nuss also ich glaube du wärst ich tue ja ich würde ich dafür schlange stehen die das war stellst du dir vor dass dafür schlange stehe oder ja 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 so extra so eine schlange fünf euro dafür okay man kriegt nicht alle zahe eine faust von kreuz offen aus was soll ich als erstes und nächstes pro zwei pro drei machen helm oder schuhe schuhe oder schuhe schuhen level belastend ich mache ja pro 3 das ist das ist das unterschätzte nämlich ganz viele pro 3 kostet sau wenig eigentlich ich hab da brauchst du halt nur die materialien dafür und du hast du ja ich hab dir gesagt macht ihr pro 3 und am ende wirst du deswegen gewinnen und dann haben wir gewonnen aber wir sind im team haben wir beide gewonnen vielleicht auch den titel gewonnen und ich kann sagen du kriegst den titel kann ich sagen ich habe das gewonnen 16 18 war holen das ist dann glaube ich ich kann davon das war auch schon ein paar ausbauen ja das eine wo du durch lukzock gecheatet hast wie hieß es nochmal er hat mir was darf gezielt ist also ja genau das ja sag ich doch wo du durch lukzock geschieht ist was ja was kann ich dafür wenn er viel prozent bietet also ich hätte sich abgelehnt nicht schon du weißt das ist unfair selber viele folgen gespielt also ausgleich ich habe auch gescheit ich habe nicht abgestritten ich habe viel zu viele folge spielt nicht nicht wenn auch zwei hatte ich nicht mehr als bock die zweite folge zu spielen dann hat irgendetwas gewonnen ja der atmen weil er gesagt hat alle haben zwei strikes und nicht so oder so gewonnen und dann sprich der vorgibt aber nicht hätte so oder so gewonnen aber ich will ich will sie sogar mit dem mit dem holzschwert ich sag ich wenn er wenn er wohl die folgt die ansiedelt ich finde trotzdem ansag ist raus so da kommt es auch übelst ein lauf wenn man sagt hier ob ich bin das projekt jetzt kann man eigentlich das lukzock das ganze gemacht hat weil die haben sich dann irgendwie gestritten und dann hatte lukzock kein bock mehr auf denen und er hat sich das das projekt zu leiten es ist ja auch eigentlich lukzprojekt gewesen aber lukzock hatte ja und dann ging komplette organisation dann waren irgendwelche anderen leute in der freunde hatte dann die organisation getan dieser österreicher was dann haben die gemeinsam vor allem die haben gemeinsam gewonnen er hat ja nicht gesagt nur das hat gewonnen er hat gesagt ja wir haben jetzt alle drei gewonnen also der und seine kollegen haben gewonnen anscheinend das fand ich am lächerlichsten dass man in einem war zwei teams gewinnen ist was daran lächerlich also nicht alle gewinnen ist so warum machen wir überhaupt war und dass wir machen nebenprojekt raus machen und alle gewinner sein dafür habe ich mich doch bei einem war heute angemeldet damit alle gewinnen spaß wenn ich jetzt unser fall bin ich habe mich auch beleidigt mich beleidigt weil ich sein mate getötet habe beleidigt der mich getötet aber ich habe ihn genervt ich habe auch gespielt ich habe ihn einfach nur besser gegeben er hat mich als hacker bezeichnet mich beleidigt der absoluter ehremann kennt man noch von hugo kein ehremann ist dann weiß ich auch nicht dann hast du was falsch verstanden ein level noch aber nicht full pro 3 er es ging voll schnell eigentlich eine folge ich habe mein maul ging doch nicht schnell ja auch keiner hinterher joint man das glaube ich habe und Das ist ein Motherback gewesen. Okay, FU3. Okay, FU3. Okay, FU3. Okay, FU3. drei jetzt machen lohnt sich schon mehr als ein komplettes frühplatz hier ist ja dann mache ich noch nächste folge ich fühle mich glaube ich halt erst um hier post gemacht und als spra portreis ist nicht so wichtig das leben ist auch nicht mehr so viele spieler in dem war und ich glaube das wird keine russi train fight gegen die leute doch gegen kevin film sein und eisenschuhe sind in seiner zeit auch kaputt gegangen und eisenschuhe haben 30 hits oder so oder was das was das beste wäre wenn ich nicht aufnehmen würde ganz schön lustig schon gefeiert oder doch acht level platz ist gekauft jungs ich sehe gerade in dem monni war lucky wenn ich voll gegen mich so will er feiten gegen dich ich sehe zehn sekunden ist meine aufnahme vorbei das war eine folge schaut bei ben vorbei obwohl das gut ist der lappen mensch meyer tschüss